Was ist Angst vor den Mächten dieser Welt, die mit ihren Lügen, mit ihren subtilen oder massiven Bedrohungen, mit feinem oder auch mit brutalem Terror verhindern wollen, dass ihre wahre Natur offenbar wird? Was sich jetzt wie Verschwörungsgeschwurbel anhört, ist eigentlich ganz banaler Alltag. Das ist wirksam in Familien, in Firmen, in Vereinen, in Kirchen, in mafiaähnlichen Strukturen und natürlich auch in politisch tätigen Verbänden und Interessengruppen. Klar, wer die Macht hat, der sorgt auch meistens dafür, dass sie ihm erhalten bleibt. Und eines der wichtigsten Mittel dafür ist die Erzeugung von Angst durch Bedrohungen. Jesus weiß das natürlich und deshalb will er seine Jünger darauf vorbereiten. Hören wir ihm doch einmal zu. Die Stelle steht im Matthäusevangelium, im 10. Kapitel, Abvers 26. Da heißt es Darum fürchtet euch nicht vor ihnen, denn es ist nichts verborgen, was nicht offenbar wird, und nichts geheim, was man nicht wissen wird. Was ich euch sage in der Finsternis, das redet im Licht. Und was euch gesagt wird in das Ohr, das verkündigt auf den Dächern. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Verkauft man nicht zwei Sperlinge für ein Groschen? Dennoch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Haupt alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid kostbarer als viele Sperlinge. Wer nun mich bekennt vor den Menschen, zu dem will ich mich auch bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Dreimal sagt Jesus hier, fürchtet euch nicht. Also in diesen drei Abschnitten. Einmal sollen sie sich nicht fürchten vor der ausgesprochenen Wahrheit in der Öffentlichkeit. Sagt also die Wahrheit und fürchtet euch nicht. Dann fürchtet euch nicht vor der dagegen ankämpfenden Gewalt der jeweiligen Machthaber. Und dann fürchtet euch nicht vor der Einsamkeit und vor der Verlassenheit. Denn für alle drei Fälle gilt eines, ich stehe zu euch, wenn ihr zu mir steht. Das ist sozusagen die kurze Zusammenfassung dessen, was er hier gesagt hat. Schauen wir uns das mal näher an. Fürchten. Was ist das? Fürchten heißt erst einmal dem, was man fürchtet, eine ganz besonders große Bedeutung geben. Es für enorm wichtig halten. Ja, die Lüge ist natürlich auch eine Art von Macht. Aber sie ist eine Scheinmacht. Sie macht sich groß und wichtig und stark. Aber sie hat letztendlich gar keinen Bestand. Und das sagt Jesus sehr deutlich. Alles wird einmal offenbar werden. Also in seiner Wahrheit offensichtlich werden. Alles. In der Welt ist es ein bisschen langsamer. Das ist notwendig aufgrund dessen, dass wir ja auch frei sein müssen und wir sozusagen von der Wahrheit nicht an die Wand genagelt werden sollen. Aber in der geistigen Welt ist das ganz klar schnell und vollständig. Ja, und dann sagt er ja noch etwas. Nämlich eigentlich sagt er, die Macht dieser Wahrheit, die wird sich letztendlich durchsetzen. Ja, jede Lüge wird sich letztendlich entlarven. Das ist sozusagen eigentlich das Wesen der Lüge. Das ist so, als wenn man sagen würde, Dunkelheit ist wirksam vor dem Licht nicht. Dunkelheit kann dem Licht nichts entgegensetzen. Also die Wahrheit selber ist immer wirksamer als die Lüge. Insofern ist die Angst vor der Lüge und von ihrer Macht eigentlich unbegründet. Eigentlich müssen immer die Lügner Angst vor der Wahrheit haben. Und was ist die schlimmste Wahrheit? Ja, das ist die völlige Entblößung derer, die lügen. Also ihre vollständige Bloßstellung. Damit offensichtlich wird ihre innere Zerstörtheit, ihre Hässlichkeit und natürlich auch ihre Qual. Das ist Bloßstellung. Davor hat jeder Lügner, der seine Macht auf Lüge aufbaut, und das ist ja meistens so, Angst. Zwangsläufig. Und was passiert aufgrund dessen, es kommt zum Abwehrkampf. Denn das Wichtigste bei einem Lügensystem ist der Selbstbetrug. Denn es geht ja auch darum, dass man sein eigenes Selbstwertgefühl aufbaut da drauf. Und wenn das in Frage gestellt wird, dann wird existenziell das eigene Selbstwertgefühl in Frage gestellt. Und das ist noch viel schlimmer, als einfach nur Macht zu verlieren. Also der Abwehrkampf derer, die gegen jede Wahrheit vorgehen, ist mächtig. Im Sinne dessen, dass er in der Welt wirksam sein will. Denn sie wollen das bewahren und sichern, was sie haben. Ja, und Jesus sagt eigentlich, fürchtet euch nicht. Die Lüge der Welt wird sich fürchten und wird euch fürchten. Und natürlich, sie wird versuchen, euch zum Schweigen bringen zu wollen. Ja, die Frage ist dabei, was ist denn an der Wahrheit wirksam? Ist die Wahrheit eine Information, die man zum richtigen Zeitpunkt streut und dann hat sie ihre Wirkung? Das ist nicht die Wahrheit, die Jesus meint. Das ist Information. Und das ist natürlich auch wirksam in dem Augenblick, wo diese Information einfach nur irgendwo auftaucht. Nein, sie muss ja wahrgenommen werden. Sie muss in das Bewusstsein der Menschen sickern. Das ist eine ganz andere Ebene. Deswegen kann man eine mächtige Lüge durchaus mit der Wahrheit konfrontieren, so rein äußerlich formal. Das juckt sie nicht, weil die Menschen glauben das, was sie glauben wollen. Also anders ausgedrückt, die Wahrheit, von der Jesus daher eigentlich spricht, die ihm ein Anliegen ist, ist überhaupt keine Außenmacht, sondern sie ist eine wirksame Innenmacht. Diese Wahrheit muss zunächst in uns selbst wirksam werden. Und erst dann können wir diese Wahrheit auch weitergeben. Wenn diese Wahrheit in uns nicht wahr geworden ist, haben wir sie nicht. Denn es geht hier nicht um ein Whistleblower-Wahrheit, dass ich, also ich weiß, was die da so gemacht haben und das erzähle ich dir jetzt mal. Um die Wahrheiten geht es nicht. Es geht um eine Wahrheit, die wirksam ist im Inneren von Menschen. Und diese Wahrheit, die ist nur möglich, indem wir sie tatsächlich unmittelbar von ihm beziehen. Also durch eine Verbundenheit mit Jesus ist das nur möglich. Und eine Verbundenheit mit Jesus ist einfach eine andere Sprachform wie eine innere Liebesbeziehung. Das heißt, sein Geist muss uns erfüllen. Er muss uns sozusagen leiten. Und diese Wahrheit erst, die in uns wirksam ist, hat auch die Wirkung, um die es hier geht. Ja, nun ist aber diese Form von Leitung, die ist jetzt nicht lautstark und bombastisch im Sinne von, jetzt bin ich erfüllt vom Geist der Wahrheit und das habe ich euch jetzt mitzuteilen. Nein, sondern hier sagt Jesus ganz klar. Sanft ist sie, was ich euch im Stillen sage, geradezu intim. Was ich euch in eurer eigenen Herzenstiefe, also in der Dunkelheit, mitteile, zeige, fühlbar mache. Das bleibt der Welt verborgen. Das ist so dieses Ins-Ohr-Sagen, heißt ja Flüstern. Aber Flüstern, was ins Ohr gesagt wird, ist ganz klar verstehbar. Es ist wie eine innere Schau. Er möchte uns das, was wir zu sagen haben, zu vormitteilen. Und zwar auf eine ganz intime, persönliche Art und Weise. Da gibt es ja eine ganze Menge von Beispielen, wie er uns dann sagt, ihr braucht keine Angst zu haben. Ich zitiere mal eines dieser Beispiele, Lukas 21, ab Vers 14. Da sagt er, Also eine innere Wirksamkeit, die ganz persönlich wirksam wird. Ja, und wir sollen das, was wir von ihm erfahren, im Licht reden. Im Licht reden heißt erst einmal offen aussprechen. Also ohne Scheu und ohne Rückhalt. Und das heißt auch in einer Sprache, die deutlich und klar ist, also die allseits verstehbar ist, die nicht irgendwie verklausuliert oder sonst wie verschwurbelt ist. Und dass wir dazu stehen, was wir sagen und gesagt haben, in jeder beliebigen Öffentlichkeit. Es gibt ja jetzt inzwischen eine ganze Menge von Öffentlichkeiten. Ja, wir sollen die Wahrheit sagen. Jede? Jede Wahrheit? Ja, wenn sie wahr ist, sicherlich. Aber was denn? Wann denn? Und wo? Es ist ja so, dass diese Wahrheit eben nicht durch ihren Inhalt als solche wirksam ist, wie so eine Art von Zauberspruch, der dann alles durchdringt. Oder wie Enzyme, die dann zwangsläufig bestimmte Dinge in Gang setzen. Nein, sondern es ist eine Wahrheit, die nur durch den lebendigen Geist in ihr wirksam wird. Und das bedeutet ganz praktisch, dass das jeweilig Richtige und Notwendige genau richtig und wirksam zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Art und Weise gesagt wird. Das heißt, es geht nicht nur einfach um das Sagen und das Vertreten und dazu stehen, sondern es geht um das genau Angemessene. Das, was jetzt notwendig ist, was jetzt tatsächlich aktuell ansteht, was wirklich wichtig ist für die Menschen, mit denen man spricht. Also es geht sozusagen um Qualität und Timing, um es mal so auszudrücken. Und wenn man so spricht zu den Menschen, dann ist der Widerstand ebenfalls geradezu unvermeidlich. Er ist nicht nur unvermeidlich, er ist sogar notwendig. Warum? Ein Konflikt hebt eigentlich das, was dort an Spannungen entsteht, überhaupt erst ins Bewusstsein. Wenn die Lüge beginnt, sich gegen die Wahrheit zu behaupten, wenn sie versucht, das irgendwie zunichte zu machen, dann muss sie sich irgendwie outen, könnte man sagen. Es heißt, es wird erst richtig deutlich, das ist wie eine Art von Vergrößerungsglas. Und das ist für alle, die damit zu tun haben, wichtig. Denn ein Bewusstsein kann sich erst dann für eine Wahrheit öffnen, wenn sie diese Wahrheit im Kontrast zu der jeweiligen Lüge tatsächlich in einem tiefen inneren Aha zu erleben beginnt. Und dann sagt Jesus ganz klar, die Macht der Welt oder meinetwegen auch die Macht der Lüge, die sich dagegen wählt, die hat nur materielle Wirksamkeit. Sie hat nur eine einzige Möglichkeit. Sie kann bedrohen und kann auch Leib und Leben bedrohen oder unsere vermeintliche Ehre oder alles das, was wir für existenziell unverzichtbar halten. Das sind so die Bedrohungen. Aber das ist immer nur eine Macht, die über Scheingrößen, die überhaupt keine wirkliche Beständigkeit haben, wirksam werden kann. Uns das Entscheidende ist, sie will immer Angst erzeugen. Einmal natürlich jetzt irgendwelche Schmerzen, Gekränktheiten, Leid. Und wenn wir nicht kränkbar sind, kann es uns nicht kränken. Und wenn wir durch diesen Widerstand Schmerzen oder Leid erfahren müssen, dann sind wir nicht alleine. Wir haben ihn als Beistand, der ist gesichert. Oder im Extremfall der Verlust des Lebens. Und jetzt kommt eine Aussage, die vielen Schwierigkeiten machen wird. Der Verlust des Lebens ist in Wirklichkeit marginal. In Wirklichkeit. Oder meinetwegen auch in Wahrheit. Natürlich nicht für Menschen, die dieses eigentliche Leben überhaupt nicht in ihrem Erfahrungsraum schon durchscheinen sehen. Die überhaupt gar keinen Zugang zum eigentlichen Leben haben. Für die ist das, was hier Leben heißt, das Einzige. Und sie klammern sich natürlich da dran. Und damit ist das eine außerordentliche, tiefe existenzielle Bedrohung. Für diejenigen, die aber schon ein Gespür für das eigentliche Leben haben, ist das marginal. Denn wir selbst bleiben immer übrig. Man kann das so gut feststellen an den Menschen, die Nahtoderfahrungen gemacht haben. Viele von ihnen, man kann sogar wirklich sagen, die Mehrheit hat danach keine Angst mehr vor dem Tod. Diese Angst verschwindet nachhaltig. Sie wissen, der Tod kann mir nichts. Der Tod ist ein Durchgang. Da wird mir das Leben genommen und ein anderes, ein ganz anderes Leben gegeben. Ja, und dann sagt er auch noch, wenn ihr für denen, die euch das Leben nehmen können, mehr nicht, braucht ihr euch nicht zu fürchten. Aber fürchtet Gott. Also fürchtet den, der eine viel größere Macht über Seele und alles das hat. Gott zu fürchten, ist das wirklich dasjenige, was er uns rät oder heißt nicht eigentlich fürchten? Einen ganz, ganz tiefen Respekt vor dem absoluten Machthaber zu haben, der wirklich alles in der Hand hat. Dieser tiefe Respekt, den kann man bei Kindern gut beobachten. Sie lieben dann ihre Eltern, aber gleichzeitig, wenn sie merken, was diese Eltern alles machen können, haben sie einen ganz, ganz tiefen Respekt. Das ist fürchten. Und deswegen sind sie auch auf diese Art und Weise gehorsam, weil sie wissen, sie können sich darauf verlassen. Die wissen genau Bescheid. Es ist also jetzt hier nicht Furcht in dem Sinne der Angst gemeint, sondern eine Gewissheit dieser erhabenen Souveränität, der realen Macht und natürlich auch eine tiefe Gewissheit und ein Gespür für seinen heiligen Ernst. Und zwar mit jedem Einzelnen von uns, dass er nicht abgehoben einfach nur irgendwie sein großes Werk im Auge hat, sondern jeden Einzelnen von uns. Und das bedeutet, dass wir dann ihm überhaupt vertrauen können, dass wir seiner Liebe vertrauen können. Man kann wirklich ganz simpel sagen, wenn er uns nicht auffängt, dann fallen wir in unser eigenes, inneres, zerrüttetes Sein. Und das ist ja nichts anderes als das, was man so Hölle nennt. Also geht es darum, dass wir ihm vertrauen. Und erst wenn wir ihm vertrauen, können wir uns auch fallen lassen. Dann können wir auch geradezu ungehemmt aus ihm heraus das vertreten, was wir für wahr nicht nur halten, sondern spüren, dass es wahr ist und können das auch vertreten. Und genau für dieses Vertrauen wirbt Jesus. Ja, er macht deutlich, dass Gottes Größe sich gerade im absolut allerkleinsten zeigt. Heute können wir das ja gar noch viel eher begreifen, weil wenn wir uns zum Beispiel nur mal anschauen, die Wunderwelt der Quanten, das ist unfassbar, wie das eigentlich, wie die Materie und die Energien im Innersten eigentlich gestaltet sind. Das ist unfassbar. Und wie das gleichzeitig im allergrößten, also im ganzen Universum wirksam wird. Damals hat man natürlich andere Beispiele, die naheliegend sind. Die kleinsten Nutztiere, das sind dann Sperlinge. Ganz billig. Billigste vom Billigsten. Die kleinsten Körperteile, das sind die Haare. Und was sagt Jesus? Kein Sperlingfell zu Boden und kein Haarfell zu Boden ohne seinen Willen. Nichts, gar nichts geschieht ohne seinen Willen. Vom allerkleinsten bis zum allergrößten. Da muss man sich mal klar machen, was das heißt. Denn Gott hat nämlich die Schöpfung nicht quasi aus sich herausgestellt, also vor sich gestellt, nach dem Motto, da ist Gott und da ist die Schöpfung. Weil es gibt außerhalb von Gott nichts. Gott ist pures Bewusstsein, also purer Geist. Es gibt keinen Raum, der außerhalb seines Bewusstseins existieren könnte. Also alles, was Schöpfung heißt, ist das freigestellte Sein in seinem Bewusstsein. Also anders ausgedrückt, alles Seinde ist sein ständig gewolltes Gesetz. Er erhält alles, was ist, durch sein Wollen und alles, was dort überhaupt funktioniert. Das ganze Universum, wie es funktioniert, ist Ausdruck seines ständig erhaltenden Wollens. Also wenn er nicht wollen würde, würde überhaupt nichts mehr existieren. Es geht also viel weiter als das, was jetzt Jesus anschaulich sagt, dass ein Haar vom Boden fällt, ist ihm bewusst. Das gilt für jedes Atom, für jedes Quant, für alles, für alles, was geschieht. Und jetzt kommt das, was Jesus auf den Punkt bringen möchte. Er sagt nämlich, der Mensch ist für Gott das Absolut, das Absolut Kostbarste. Da gibt es auch im Jesaja einen ganz wunderbaren Vers. Da heißt es, und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Du gehörst mir. Ich kenne dich durch und durch. Das ist der Ausdruck der absolut persönlichen Liebe zur Einzigartigkeit eines jeden Menschen. Ja, und sobald Gott ganz persönlich wird, hat er einen Namen. Dann heißt er nämlich Jesus. Er will uns nämlich wie ein menschlicher Freund begleiten. Man kann sagen, Jesus ist der Ausdruck von Gottes Zärtlichkeit. Wenn man ihn weglassen würde, bliebe immer noch Gott in seiner Allmacht, der alles erhält und trägt und der überall ganz unerbittlich seinen Willen durchsetzt und das heißt richtet und ausrichtet. Also, da ist sozusagen das absolut Allmächtige noch da. Aber mit Jesus wird er zu einem gütigen, liebevollen Vater. Zu einem Hirten, der sich um jedes verloren erscheinende Schaf bemüht. So stehen wir auch wirklich immer vor der Frage, welchen Gott wollen wir eigentlich? Amen. 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 Amen.